freitag wieder saufen naja das ach so das ding ist von mittwoch auf donnerstag bin ich halt bei lenya's birthday und ich muss halt gucken von donnerstag auf freitag meine ich von donnerstag und dann weiß ich nicht ob ich da noch mal raus darf aber eigentlich schon was letztes mal eigentlich passiert wann passiert meinst du am wochenende oder was meinst du warte wie alt steht in meiner insta bio insta bio ich will das hier nicht sagen halle kostmann bist du zum urlaub wieder da ja ich bin aus dem urlaub wieder da soll ich gestern abend er sagt einfach in der schaiergruppe bescheid maus mache ich also ich weiß halt noch nicht irgendwann des vaters ob ich darf und so weil ich bin die ganze woche schon weg wo warst du dann ach so im urlaub naja in pforzheim also wir waren halt bei meiner tante einfach und dann sind wir also wir haben abstecher nach frankreich gemacht waren ein bisschen shoppen kennst du ich muss überlegen was das heißt also ich hab jetzt mal gedacht hatte nur irgendwas am rande mitgekommen ach so ja meinst du dass bei so einem wochenende dass ich dabei nach home war und dann so ein weib mir nicht abgefüllt hat mir zitronen auf den kopf gestern hat und irgendwie so ein bisschen auf mich eingeschlagen hat und so auf mich gesprungen ist und so was und so ein bisschen hingeschubst hat mit rasierer so ein bisschen haare so wenig also so ganz wenig aber so ein bisschen das meinst du das was sind deine hobbys ich habe wirklich keine hobbys also ich mag klavier spielen aber ich will wieder anfangen schminken und sonst wirklich gar keine richtigen hobbys so cool oh mein gott ist ein hübsches mädchen dankeschön also ich schicke zwei radios wo drin sind aha wild ich hab dich weitergeleitet an meine freunde das ist lieb dankeschön sehr sehr nett ich habe dich noch nie mit top gesehen oder was machst du heute noch ich gehe noch zu meinem vati zu meinem papi ne aber krass was war mit der irgendwie dass wer geweint hat oder so ach so ja eine hatte ein bisschen zu viel intus und wir haben das weggenommen und lange geschichte wir haben versucht zu tun dass wir können aber kann ein teenager also eine fast erwachsen person nicht einfach was wegnehmen oder wisst ihr das geht einfach nicht kein kleines kind da kann man nicht sonst wird man wisst ihr das konnten halt nichts tun für sie wir haben versucht was ich ne zumindest hatte dann geweint weil sie sehr viel intus hat wirst du auch nicht doch ich liebe zöpfe ich finde zöpfe so attraktiv auch nicht dass wir uns nach oben auch nicht auch nicht 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 übelst langweilig und ich hätte gerne geile und weil das würde mich glücklich machen das ist ich weiß nicht was ich machen soll bei mir ist ein bisschen langweilig und which city dresden wo das sieht eigentlich komisch aus und zufrieden mit dir ja ein bisschen ich freue mich so auf dienstag da sehe ich mein freund endlich wieder an der schläft bei mir willkommen zu dresden sag mal eine zahl zwischen 1 bis 10 8 was ist jetzt damit dass ich die zahl gesagt habe ich muss halt jetzt irgendwie urlaub also die letzten tage übelst krank zugenommen und jetzt muss ich aufpassen was ist denn jetzt mit der zahl die ich gesagt habe bitte ich habe acht gesagt ich will wissen was ich jetzt habe was habe ich gewonnen schnell das ist interessant das ist cool auch mal alter manchmal das ist richtig komisch bei leist manchmal ist der chat so übelst leer und manchmal wird er richtig zugespannt so es wird es länge nicht aber es wird es hängen so richtig dumm ich stecke das nicht und ich will das nicht 69 zuschauer 69 cool crazy lustig baum drei herzen herz zurück herz zurück herz zurück I like... Waaah... Warte. I don't understand, Dad. Jetzt mach endlich die Tür auf, Mensch. Oh, nee. Nicht. Mein Freund und ich hatten halt den ersten Kuss auf den Mund beim Gassi gehen. Oh, süß. Sehr, sehr süß. Sehr, sehr appreciating, sehr niedlich. Boah, ich hatte meinen ersten Freund mit meinem Kuss, bevor wir zusammen waren. Also sehr, sehr lange bevor wir zusammen waren. Weil wir waren immer so im Suft, waren wir immer so, ne? Und ich war dann auch in dieser Zeit, wo ich mich richtig krank besoffen habe. Also wirklich bis zum Koma oder bis ich... Ich wusste halt nie mehr was, ne? Und da haben wir uns anscheinend öfters mal rumgebissen. Und das wusste ich nie. Und als die das mir gesagt haben, war ich so, was? Weil ich war halt übelst in Schock, ne? Und dann irgendwann... Ich hätte nie gedacht, dass ich mit dem Zusammenkommen wirklich... Alter, das ist so krass. Oh mein Gott, Lenya Mausi. Lenya. Lenya meine Chaya. Jun, das war mir mal ein. mesma Manackern comfort hat 2 Jahre.